Mein Name ist Dr. Ivan Krug, ich bin Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie und ich unterstütze hier das Ärzteteam in der Praxisklinik am Rosengarten, am Standort Bergisch Gladbach. Während meines Studiums an der Medizinischen Hochschule in Hannover habe ich mich schon sehr für das Fachgebiet der Plastischen Chirurgie interessiert. Im Rahmen meiner Facharztausbildung war ich an verschiedenen Kliniken hierunter in Hamburg und im Ruhrgebiet tätig. In den letzten anderthalb Jahren habe ich mich intensiv mit dem Thema Lipidem beschäftigt und habe hier an einer sehr renommierten Klinik operativ als Lipidem-Spezialistin gearbeitet. Die Praxisklinik am Rosengarten zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass bei uns nur Fachärzte arbeiten. Bin ich besonders froh, dass die Frau Dr. Krug bei uns arbeitet, weil sie viele Jahre Plastische Chirurgie auf dem Buckel hat und somit über eine gute Erfahrung verfügt. Also ich habe gerade mal überlegt, wie lange ich die Frau Dr. Krug eigentlich schon kenne und habe rekapituliert, dass wir uns wahrscheinlich was 2012 oder 2013 im BKB kennengelernt haben, schätzen gelernt haben, dann eine Zeit lang zusammengearbeitet haben, dann führten uns unsere Wege ein wenig auseinander und hier in der Praxisklinik am Rosengarten haben sich diese Wege wieder gekreuzt. Über die langjährige Freundschaft mit Frau Dr. Annika Waldhauser bin ich hier zur Praxisklinik am Rosengarten gekommen und ich freue mich wirklich, mein hier dadurch erlerntes Wissen und auch die chirurgischen Erfahrungen im Bereich der ganzen Lipidem-Chirurgie jetzt ab sofort hier im Team der Praxisklinik am Rosengarten einbringen zu können. Die Frau Dr. Krug ist eine sehr erfahrene Plastische Chirurgin, aber vor allen Dingen auch eine ausgewiesene Lipidem-Spezialistin und ich freue mich ganz besonders, dass sie mich auf diesem Gebiet hier in der Praxisklinik am Rosengarten unterstützt. Ja, in meiner Freizeit interessiere ich mich sehr und mit Leidenschaft für das Klavierspielen und das ist auch so ein Grund, warum ich den Weg in die Plastische Chirurgie gefunden habe, denn diese Liebe zur Feinmotorik und Harmonie ist für mich ein wirklich perfekter Weg, quasi Beruf und Leidenschaft Freizeit miteinander zu vereinen. Privat lebe ich in Düsseldorf mit meiner Familie, also mit meinem Mann und mit meinen zwei Töchtern. In unserer Freizeit leben wir es zusammen am, eben auf und unter Wasser zu sein. Wichtig für uns in der Plastischen Chirurgie hier in der Praxisklinik am Rosengarten ist das Niveau der Ausbildung und die Erfahrung der Chirurgen, aber eben auch die Stimmung. Ob jemand ein bisschen Leben in die Bude bringt und lacht und mit Freude bei der Arbeit ist. Mit Yvonne kann man sehr viel Spaß haben und deswegen passt sie auch ganz hervorragend in das Team der Praxisklinik am Rosengarten. Diese Freude überträgt sich auf uns als Team und natürlich auch auf unsere Patienten. Die Atmosphäre hier an der Praxisklinik am Rosengarten ist wirklich locker und familiär, aber wenn es darauf ankommt und das ist es ja auch oft, wirklich hoch spezialisiert, wir sind im regen Austausch miteinander, das ist wirklich Medizin auf höchsten Niveaus, die jedem hier Spaß macht. Glück ist kein Schicksal, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Ich freue mich darauf, euch mit einer Beratung, einer Behandlung oder einer Operation zu diesem Wunschziel führen zu können.